Vanessa Mai, heißer Auftritt im roten Bikini Schlagersängerin Vanessa Mai heizt den Herbst auf Dazu reichen ein Fahrrad, ein knapper roter Bikini und ein Foto Die Bilder, die sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil postet, scheinen einen ganz besonderen Nerv bei ihren Fans getroffen zu haben Vanessa Mai versteht den besonderen Auftritt Sie zeigen Vanessa Mai auf den Malediven in einem kleinen roten Zweiteil auf einem Fahrrad Die traumhafte Kulisse aus blauem Meer und strahlend blauem Himmel werden da fast zur Nebensache Ein Kuss! Aus dem Paradies, schreibt Vanessa Mai zu den Aufnahmen Ihre Fans antworten begeistert mit vielen virtuellen Küssen, schreiben auch, so schön, wow, unterstrichen von unzähligen Flammen-Emojis Die Reaktionen auf ihren Beitrag sind überwältigend Egal ob auf der Bühne oder im Urlaub, Vanessa Mai weiß genau, wie sie sich perfekt in Szene setzt So heizt man den Herbst noch einmal ordentlich auf